Da sind wir wieder bei Dragon Quest Builders. Builders in Form von... Ich weiß gerade nicht, was ich bauen soll. Ich würde gerne noch ein paar Gebäude bauen. Beispiel eine Wohnstube oder sowas. Damit ich hier ein bisschen Platz habe. Na komm. Machen wir es so. Haben wir hier noch eine Tür. Nein, haben wir Licht. Ja, Licht... Ah, Tür haben wir. So. Und einen leeren Raum. Genau. So, dann bauen wir jetzt hierhin einen Holztisch. 100 Punkte. Dann haben wir noch einen kleinen Holztisch. Einen großen Holztisch. Da können wir auch noch alle drei wegnehmen. Kleinen Holztisch raus. Die Fässer raus. Und... Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch sowas. Ach so, habe ich gar keinen Platz mehr. Na gut, dann machen wir es mal so. So. Ah, komm. So. Kleiner Holztisch kann daneben. Besser können wir hier stapeln. Ah, Stufenaufstieg. Yes. So. Und... Ne, komm. Ne, komm. Machen wir nochmal anders. Packen wir noch Bücher drauf. Was haben wir noch so alles Schönes? Haben wir noch mehr Bücher? Noch mehr Gekritzel? Kisten. Ah, Hocker. So. Dann machen wir das da hin. Nehmen wir noch zwei Bücher. Das heißt, dann ist hier eins aufgeklappt. So. Gehen wir dann Porzellan zum Essen. So. Und dann haben wir noch hier... Flaschen. Und... Nein. So. Einfach so ein ganz einfacher, billiger Raum. So. Dann sortieren wir. Genau. Ach, shit. Dann brauche ich einmal Steinchen. Die kann ich hier holen. So. Ihr seht... Mit einfachen Mitteln einen Raum kreieren. So. Ah, verdammt. Ich stand falsch. So. Und schon haben wir hier einen schönen Block. Und hier, das kann ich auch nochmal machen. Ich bin mir ernsthaft noch welche. Und der kann drei Felder hoch, aber nicht runter. Super. Dann machen wir es jetzt anders. So. Nein. So. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Ach, Drecksding. Immer schönes Feuerwerk. Ja. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Das sieht doch alles super aus. Damit haben wir eine schöne kleine Stadt. Und jetzt können wir ganz kurz gucken, was hat es mit Leo Galli auf sich. Ich danke dir vielmals, Trupley. Nun, da der Gesang aufgehört hat, kann ich endlich wieder richtig schlafen. Bei demjenigen, der gesungen hat, handelt es sich also um den Erfinder, für den Barbarella früher gearbeitet hat. Dieser Leo Galli muss ein wahrlich sensibler Geselle sein, wenn er so wunderschöne Lieder singen kann. Ach, übrigens, Trupley. Du und Barbarella arbeiten bei all diesen neuen Erfindungen ja sehr eng zusammen, aber wie gut kennst du sie wirklich? Mein teurer Freund, Bardion, hat mir erzählt, er habe ein merkwürdiges Gerücht über sie gehört. Er sagte, Barbarella habe möglicherweise jemanden getötet? Ich unterhalte mich beim Baden oft mit Barbarella und sie hat auf mich immer einen gütigen und warmherzigen Eindruck gemacht. Aber mir ist aufgefallen, dass sie nur ungern über sich selbst spricht. Warst du, als hätte sie etwas zu verbergen? Ach, und dabei ist sie so eine liebenswerte Person. Bestimmt das Ganze nichts weiter als ein dummes Gerücht. Zumindest hoffe ich das. Darum geht es ja gerade hier in der ganzen Sache, ne? Ähm. Ja, und nun? Und nun? Ach, da. Ach, Trupley. Barbarella legt sich ganz schön ins Zeug, um aus diesen Forschungsnotizen schlau zu werden. Aber es wird eine Weile dauern, bis sie fertig ist. Barbarella ist ja eigentlich keine richtige Erfinderin. Also wird sie ihre Liebe, Mühe haben, herauszufinden, wie diese ultimative Waffe gebaut werden kann. Übrigens hat Cecilia mir erzählt, dass du Leo Gallis Geist begegnet bist. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, mit den Toten zu reden. Aber wenn das stimmt, dann muss ich dich um einen Gefallen bitten. Könntest du ihn irgendwie dazu bringen, uns zu verraten, wie wir diese ultimative Waffe bauen sollen? Wahrscheinlich wird er damit nicht einfach so rausrücken wollen. Also habe ich mir überlegt, wie wir ihn überreden könnten. Leo Galli ist immer mit einem komischen Instrument rumgelaufen. Der Harfe des Haders. War wohl so eine Art Familienerbstück. Das einzige Problem war, dass die Monster es ihm geklaut und in mehrere Teile zerbrochen haben. Das hat ihn echt ziemlich mitgenommen. Deshalb dachte ich mir, dass es doch vielleicht eine gute Idee wäre, die Harfe wieder zusammenzusetzen und sie ihm zurückzugeben. Ich habe Gerüchte gehört, wonach die Monster das, was von der Harfe noch übrig war, in einem Iglu drüben in Gallenholm versteckt haben. Wir müssen sie nur finden, reparieren und Leo Galli geben. Weil wir ihn aber weismachen, sie wäre ein Geschenk von Barbarella. Was? Warum sollte ich ihm sagen, sie wäre von Barbarella? Wo sie doch von uns stammt? Das ist doch das Tüpfelchen auf dem I. Nichts wird Leo Galli mehr aufmuntern als ein Geschenk von seiner Lieblingsassistentin. Vielleicht wird es sogar ausreichen, um seinen leichten Dachschaden zu kurieren. Was meinst du, Truppel, die Monster haben Iglus, wo sie den ganzen Krempel lagern, den sie klauen? An deiner Stelle würde ich da mal einen Blick reinwerfen. Nimm das grüne Teleportal und halt auch schon nach den Überresten dieser Harfe des Hadas. Sobald du sie repariert hast, gehst du damit zu Leo Galli und bringst ihn dazu, alles auszuplaudern. Du wirst diese Seite brauchen, um die Hälfte, äh, um die Harfe zu reparieren. Sie ist das einzige, was Barbarella retten konnte, als die Monster angegriffen haben. Seitdem hat sie sich nicht mehr davon getrennt. Ich glaube, die alle damit was zu tun haben. Hm. Gut, dann gehen wir mal auf die Suche nach dieser ultimativen Harfe. In der Richtung ist. Wisst ihr, was hier mehr Sinn macht? Komm, gib den Schnee her. So. Das rüber, das rüber und sortieren. Ah, das sind immer, sind immer diese Halbblöcke, die Sache. Ah, Minecraft-Style, ne? You, the Minecraft-Style. Oh, das ist schon wieder so ein riesiges Ding. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. So. So und so. Dann wollen wir mal los. In die Richtung. Düm, 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 düm. Ich glaube, er meint die hier. Nö, da ist es nicht. So. Der Große hier macht mir irgendwie Angst, aber Er sagt mir nicht, er ist es, der das hat. Hätte ich ja jetzt gar keine Chance dagegen. Es ist ja jetzt ein Witz, oder? Ähm. Ich muss mir da doch was anderes einfallen lassen. Ähm. Oh, oh. Komm, ich brauche hier ein bisschen weiter hier. Wow. So, komm her. Und, noch ein Schuss. Ein Schuss, ein Treffer. Und wir gehen mit dir wieder spazieren. So. So. Verdammt. Äh. Nein. Unschöner Treffer. Komm, und. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Nimm die Kanone mit. Und hau mal eben ab. Na, komm her. Ah, jetzt muss ich echt erstmal gegen Lena kämpfen, ey. Na, komm. Ja, komm. Wenn du da festhängst, ist es super. Genau ausfällig, dass du da festhängst. Oh, verdammt. Bäh, dä, 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 dä. So, komm her. Komm. Komm. Ach nein, jetzt ist da der nächste. Komm schon, ernsthaft? Wuh. 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 Oh, verdammt. Das ist alles weg. Okay. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell was einsammeln. Hat er die Karten... Oh, verdammt. So. Ich hab ihn. Komm. Egal. Ich hab erstmal eine Drachenfürstenstandarte. Ah, es ist nicht das, was ich gesucht habe. Hä? Wird irgendwo hier sein, aber... Es ist irgendwo in einem dieser Iglus. Also doch... Wegwerfen. Einen der Iglus. Heißt es, es ist hier irgendwo doch drin. Ich hab komplett mit der Arbeit umsonst gemacht. Aber hey, Hauptsache, die Musik ist laut, die dröhnt, die ballert. Ganzhaft. Ja, genau, abgetimed. Ne, ihr zwei. Na, komm her. Komm, du willst hier rein. Ach, weck mich. Muss ich echt noch suchen? Upple ist am Verhungern. So, nein. Danke. Ach, da ist er. Kaputte Hafe. Nächste wurde auf dem Kompass. Ah, eine Hafe herstellt. Okay, gut. Das ist schon mal gut. Ähm. Das kann ich eigentlich auch essen, ne? Was ist denn das? 200 Bonuspunkte. So, hier haben wir jetzt Eisplötze. Mal vor allem... löschen. Wenn ich da löschen kann, dann ist es natürlich noch besser. So, jetzt muss ich da in die Richtung weiter. Achso, ich hätte jetzt mal ein paar Sachen hier nach oben lagern können. Nein. So, da haben wir die Hafe. Sollte erst mal reichen. Hoffe ich. Was uns jetzt an dem nächsten Punkt erwartet, das erfahrt ihr natürlich erst im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Hot rein. Tschö, tschö.